Zauberwelten Erlebt eine Magie-Show, die es so nie wieder geben wird. Nur ein einziges Mal führen die Ehrlich Brothers diese aufwendige Illusions-Show mit vielen Weltpremieren auf. Nur in Stuttgart. Nur am Samstag, den 14. Juli in der Porsche Arena. Ebenfalls nur in Stuttgart. Zwei neue Folgen von ihrem Erfolgsformat Showdown der weltbesten Magier. Die Ehrlich Brothers lassen die besten Zauberer der Welt gegeneinander antreten. Natürlich zaubern sie auch selbst und geben ihre spektakulärsten Illusionen zum Besten. Am 6. und 9. Juli. Nur in der Porsche Arena. Jetzt ticket sich an. Untertitelung des ZDF, 2020